Ich glaube, das mit den heimlich wird nichts mehr. Was geht, Freunde der Außenmelden? Recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es wird schon rüber und let's rock. Was wird das? Ein Duell gegen die Sonne? Ich glaube, du verlierst. Sheriff gegen Sheriff? Können wir mal machen. Also, das war aber ganz schön fair. Mama Wutz backt einen Schuschkuchen. Dann alles verrühren. Mama, darf ich rühren? Ja, Pepper. Ja, dauert jetzt lang gebraucht für die Antwort. Genug gerührt. Genug gerührt. Also, du kannst du gut benutzen, um Kartoffelbrei zu machen. Brauchst du kein Handrührgerät. Mama, darf ich Papa anrufen und ihm herzlichen Glückwunsch sagen? In diesem Büro arbeitet Papa Wutz. Das sieht eher aus wie ein Kindergarten und kein Büro. Und macht nicht mehr so lange. Gute Nacht, Mama. Ich glaube, so ist die Melodie vom Funkle-Funkle-Kleiner-Stern. Auf jeden Fall. Übernachtungspartys gibt's immer ein Mitternachts-Picknick. Wir essen was, aber heimlich. FBI, hoppen auf! Ich glaube, das mit den heimlich wird nichts mehr. Ich dachte, jetzt kommt der Heimlich-Spieler, wie man immer kennt, und dann kommt sowas. Scheiße, nein. Hallo, Pepper. Oh. Hast du auch schön die Zähne geputzt? Gut. Ja, sind sauber. Setz dich auf den Stuhl, bitte. Gut festhalten. Oh, oh. Ich ahne Schreckliches. Ich wusste es. Krieg ich jetzt den rosa Spezial-Saft? Ja, aber nicht runterschlucken, Pepper. Spuck ihn aus. Oh, oh. Oh, oh. Ey, das ist ja ein ganz schöner Zahnarzt, ja. Da kommt schon wieder die Spatschel-Dröder. Was ist hier los? Was kann es denn dann? Es isst und es schläft. Tante Wutz, darf ich das Baby mal halten? Ja, wenn du ganz vorsichtig bist, darfst du Alexander mal halten. Perfekt. Perfekt. Das war's, wenn ich geht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Keine Überlebenschance. Oh, ich hatte vergessen, wie sehr ich ficken. Liebe. Auf dem Fahrrad oder was? Oh, oh, oh. Ach so. Wie kommen wir denn da hoch? Ich habe einen schlauen Trick. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Dann schmeißen wir diesen alten Koffer weg. Oh, nicht der Koffer. Das ist ein Plätsch. Oh. Und das war unsere Lieblingsplatte. Die haben wir schon seit Jahren nicht mehr gehört. Wusste gar nicht, dass es früher schon sowas gab. Also Musik. Die Musik. Jetzt habt ihr sie doch weggeschmissen. Ich weiß, wer es war. Gleich hinterher. Perfekt. Ich hätte es nicht anders gemacht. Wirklich gut gewählt, Schorsch. Ich male den alten Kirschbaum. Herrlich. Erst wollen wir den Himmel malen. Guck, welche Farbe hat der? Rot. Ja, perfekt. Wenn man Blau mit Gelb mischt, gibt das Braun. Two Seconds Later. Schönes, saftiges Grün. Das Werk ist fertig. Na jetzt. So sieht jeder Kirschbaum aus. Ich habe auch so einen vor der Tür. Super. 500 Jahre später. Nun lädt Ralf Rieger etwas Pompöses aus. Respekt. Ich bin erst mal schwer beeindruckt. Gigantisch. Ich gewinne 2.200. Für Beiner Bock. Das war geil, Alter. Das war wirklich geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn ihr ihn nicht getan habt, abonniert. Diesen Sinne verabschiede mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.